Jo, Max, 300.000, ne? Glückwunsch, ja. Ja, danke, hab ich jetzt erreicht auf YouTube, endlich. Spannender Hardbass, muss jetzt kommen. Zweiter Teil, die Leute schreiben hier schon seit Tagen. Komplett beschissene Kackidee. Das erste Video, fast 4,5 Millionen Klicks, das ist doch mega krass. Ja, aber für den Aufwand, wie lange saßen wir da? Ein Tag, einen halben? Nee, eine Stunde? Zwei. Also auch generell, wenn YouTuber Songs machen, das performt nie. Guck mal, du bist doch Gamer, Digga. Mach doch mal Gaming. Die Leute wollen doch bestimmt mal sehen, wie du mich in Leu coachst. So was, Erfolgsformate schaffen, genau. Ja, Master Yi, Schlitz, Schlitz, Bam Bam, schreibe ich in den Titel, oder? Komm mal her, ich glaube, es ist einfach mit Master Yi. Ja, der hat doch nur so ein Schwert und... Sag mal, bist du Jeck? Das ist Master Yi zu spielen, das ist ein Kulturdenkmal, Digga. Hey, Quatsch, so eine Scheiße machen wir nicht. So, nimm mal einen Q und Midlane. Midlane, da steht schon einer, ne? Ja, aber geht trotzdem Midlane. Nein, ist wichtig, dass man das auch so, dass man präsent ist. Ja, soll ich ihn fragen, ob du da hinwollt? Ja, ja, Mie mit. Mie mit. Einfach nur Ansage. Und dann geht's darum, einfach präsent zu sein. We can come top if you want. Nein, nein. Nein, nein. Also den Q-Spell machst du nur zum Last Hitten, ja? Aber so, wenn... Genau. Oh, Scheiße. Das musst du besser teilen, ne? Das war scheiße. Risst du jetzt nebenbei? Im W kriegst du weniger Schaden. Und du heilst dich. Oh, da wurde... Ah, Roma Rünker. Ping mal den Olaf an. Sag mal, dass ich da hinbekommen habe. Ist super. Oh, der greift an. Soll ich Ghost zinden, oder? Ja, ja, hau rein. Okay. Alty, go, go. Ping ihn, ping ihn, ping ihn. Ping ihn, ping ihn. Ping ihn. Die Q aufheben. E an, E an. Und Q. Schönes Ding. So. Und den auch noch. Den Q. Super. Ja, ja, dolle Klicken, das machen die Brows auch immer. Bleibst du einfach dran. Ah, Doppelkill. So, jetzt kannst du ihn auf ihn drauf. Schön. Weiter, Tower Diven, ne? Schön. So. Genau. Geil, O-Mat. Q auf die Gegner. Nein, er hat den Q geklaut. So, da jetzt... Da hättest du die ganze Zeit den Q snacken können. Weißt du wie? Ulti an, rein. Genau. Aber was bist du? Ein dummes Stück Scheiße. Genau. Ich hab dir zugehört. Ey, hör auf zu lachen. Ist kein Spaß hier. Q drauf und jetzt Out-Attack resetten. Ne, ist was Spaß hier. Ah, der Bot. Nein, er hat den Q gekla... Ah. Du bist doch peinlich, Digga. Ich bin jahrelang neu gezockt. Ich? Ich auch. Merke ich nicht. Nein, merke ich nicht. Nein, du kannst mir das nicht absprechen. Wenn ich das merke, dann kannst du doch nicht sagen, nein, du merkst das nicht. Du merkst es ja nicht. Mach mal F und drück mal ein Skill. Ey, das ist so peinlich, Digga. Also, du kannst mir das nicht absprechen. Das ist mein Empfinden. Du merkst es schon, dass ich schon mal gespielt habe, finde ich. Und wenn du das mit einer 1 anlügst, dann lügst du. Ich merke das nicht. Ich sag's jetzt nochmal. Und was machen wir danach? Also, weil nur LOL-Coaching wäre doch scheiße. Weißt du, was geil wäre? Alte Erfolgsformate nochmal bringen. Na, macht's Klick. Landwirtschaftssimulator. Nein. Bierchen? Bierchen. Oh. Oh. Lecker. Doppelklang. 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 Mh. Oh, lecker. Ey, guck mal, Hanno, hinter dir. Da ist noch unser ganzer Shit. Alter, geil. Ja, ich leg da mal direkt Hand an, Digga. Alter, du hast ja direkt hier eine Säge nach. Na klar, und Abfahrt. Ja, erstmal einen wegsägen. So. Mh. So, und der auch nochmal. Oh, ich hab... Oh, geil. So. Weißt du, wie ich in den Baum geklettert bin, Alter? Wie so ein Affe? Ja, aber ich bin vor dir erstmal ganz in die Krone rein. Alter, wie war damit Money gemacht, Alter? Ja, einfach. Guck mal, da kommt die Kohle oben reingeflattert. Ich schick die Scheiße auseinander, Digga. Prost. Prost. Guck mal, ich stecke mal ein. Alter, wie du da so ein Lanzer kommst. Äh, ah ja, jetzt wieder Wissenschaft. Motor starten. Geil, geil. Senken. Achtung. Alter. Voila. Und Abfahrt. Guck mal, jetzt seh ich aber auch direkt. Ich hab hier schon irgendwas... Oh, wir müssen hier ernten, Digga. Guck mal. Alter, hier ist was da, was da kam. Was bliezt hier dazwischen, Digga? Boah. Ich geh hier rin. Das ist der Mähdrescher, ne? Ja, wir ernten doch jetzt. Schneidewerk senken, Digga. Hinter dir steht ein Auto. Der kann warten. Wie du da drin sitzt und so richtig will. Der hupt. Echt? Der hupt aufs Maul, Digga. Alter, du bist hier so richtig motiviert dahin. Hey, komm da raus, Digga. Raus da, Uwe. Hey. Hey. So, ich seh dir ein Bein ab hier in den Reifen, Digga. Ich stelle den Reifen auf. So, und an. Guck mal, früher haben wir dafür drei Folgen gebraucht. Um das zu checken. Ja. Also auch mit diesem Hügel hier, ne? Was haben wir uns dabei gedacht? Diese komische Bauernhütte. Und dann haben wir es nicht mehr eben bekommen. Dann wollten wir ganz viel Geld dafür ausgeben, dass wir das hier wieder glätten. Weißt du noch? Ja, ja. Raus aus den Schulden und so. Jo. Jo. Das war kacke. Da hatten wir auch den Livestream gemacht. Ja, der Ener, der hat vier Stunden Kartoffeln geerntet, Digga. Richtig. Sag mal, wer fährt eigentlich... Hast du einen eingestellt? Ja, klar. Was soll man schon sagen, Alter? Was ist das denn eigentlich für ein Kackfeld? Mach hier mal alles blank, bitte. Wir brauchen jetzt einmal rein Abwaschen. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ey, wir haben 286 auf der Uhr. Ja, aber warum? 87 bei dir. Bei dir haben wir ein Euro mehr. Weil du da so einen Kamm für die Erde geholt hast. Warum haben wir bei dir ein Euro mehr? Ja, weil ich den in der Tasche noch habe. Ey, ist das hier nicht kooperativ? Na klar, aber ich habe mich ja auch eingeschneckt. So eine Kollektion, Digga. Äh, Koalition. So eine Koalition, Alter, Jamaika. Ich fahr mal neben dich, dann füllst du mich mal ab, ey. Ja, ja, gerne. Dann fahr mal dein Rohr aus, Schnucki. Guck mal, ey, wie gut. Ja, also. Oh, ja, ja, ey. Sommer! Ey! Oh, nee, scheiße, das geht daneben, oder? Nein, bleib stehen! Ja, ja, schst. Nein, mach noch nicht, mach noch nicht. So, mach den Hahn an. Jetzt kommt man alleine. Automatisch? Jo. Lass einfach laufen. Lass mal hier ein Rennen machen, Digga. Na los. Ich fahr vor. Hey! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, fuck. Oh, das geht aber gut. Ich kürze mal ab. Ja! Oh, Alter! Easy, ich bin gelandet. Wie ein heftiger Eins. Wie ein heftiger Eins. Oh, Alter. Easy. Ja, hab ich gewonnen. Dann spring ich jetzt in den See. So, warte. Ich komm mit. Nein, der kommt. Ich komm auf an. Wie eine Eins. Wie eine Eins. Du, ich glaub, das wär auch scheiße. Weißt du, worauf ich immer Bock hatte? Nee. Was niemand mochte? Nee. Sea of Thieves. Bring das doch. Das ist ein geiles Special, Digga. Schön so auf hoher See. So ein Bierchen. So ein Bierchen, Alter. Wir müssen da wieder segeln wie früher, aber einen richtig schönen Turn. So ein Segelturn. Äh, Shifty Großmast. So, nicht der Anger. Irgendwo der Käpt'n hier. Achso, ja, sorry, Käpt'n, Digga. Weißt du es nicht mehr, oder was? Na doch. Genau. Also. Ey! Also, wir haben ja einen Auftrag. Weißt du es noch? Ja. Wir müssen in den Tornado rein. Da ist nämlich ordentlich was los. Na klar. Du fährst schon los, oder was? Ich setz schon mal Segel, Digga. Hab ich gesagt, Segel sitzen, oder was? Du warst da am Angeln, da dachte ich mir, Arminer, rein in die See, Digga. Arminer, rein in die See. Ja, find ich gut. Ja, ein bisschen mehr Steuerbohrrat. Äh, Kapitän. Junior-Call. Gerne. Wollen Sie vielleicht das Segel ein bisschen nach links ziehen, Digga? Na klar. Oh, guck mal, was hier rumsteht. Oh, schöner Rum. So. Bei mir wackeln die Löckchen immer so ein Stück. Well, eh. Ham du lech. Ja, ich schütte ihn. Hatten wir damals noch nicht, ne? Ne, ne. So. Ja, aber man muss ja auch weiterentwickeln. Die Sprache. So. Ey, die Sprache. Äh, dings mal das Segel. Äh. Hissen. Nein. Hissen ist aufmachen. Dann zumachen. Ja. Zuglappen. Also, ja, mach einfach nichts. Oh, nein. Reffen. Reffen mal das Segel, Digga. Nicht so viel. So, ich schau schon mal rein. Blub, 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 blub. So, Herr Kapitän. Oh, blub, 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 blub. Ich weiß, wer ich bin. Jetzt war's ja geklatscht. Ja, das ist witzig. Geil, oder? Oh, hörst du das? Sch, eine Stammeskultur? Eine fremde Stammeskultur? Das sind Skelette. Ich eröffne Feuer, Kapitän. Feuer frei! Der macht nicht mehr lang. Einer ist weg. Oh, was? Was, was, was? Boss fight. Oh, Old Horeato. Ey, das ist Old Horeato, Digga. Den kenn ich. Ja, ja. Von der Schulzeit noch. Oh, der holt jetzt seine Homies. Ich werd' da Homies? Ja. Einen haben wir. Der hat einen Feuerflamer. Der hat einen Feuerflamer. So, ich wollte es erst mal... Oh! Warte, die Ladekanone. So steht er perfekt. Ziel auf mich. Ja, 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 ja. Bisschen tiefer, aber fast. Alter, war aber geil geschossen, Digga. Nochmal, nochmal. Schnell. Oh! Er bewegt sich nicht. Bisschen zu wenig. Achtung. Der kommt gut. Oh! So. Jetzt wird nochmal... Ja! Ja, oder? Oh, Digga. Keine... Nein, nein, nein. Wieso sag ich... Wieso sag ich nein? Aua! Guck mal, der hat so ein Herz in der Mitte. Ja, ja. Ich versuch das die ganze Zeit abzustechen, aber... Der... Oh, mein Gott! Oh! Scheiße, Digga. Ja, war ne geile X-Game. Game hat sich geil entwickelt. Halbwind, Segel auf Halbwind gestellt. Jo. Well, eh. Soll ich sie nochmal gleich wegballern, oder? Ja, klar. Hamdula, ja klar. Oh, scheiße. Wir fahren gleich auf Land. Jo. Äh, fahr mal Steuerbord. Ich schlag ein, Digga. Hey, was ist da für ein Vieh? Ja, ist ein Skil. Da ist ein Schiffsbrüchiger. Alle, der hat... Ich schieße mal mit der Harpuna ab. Ich mach mal, ich mach mal, äh... Ah! Die Schoten... Geiler Schusskapitän. Geiler Schusskapitän. Ich hab den einfach in die Kiste geklaut. Und normal. Geil, Kapitän, geil. Geile Aktion, immer wieder. Ah, wir brennen. Schiff brennt. Anker, Anker lichten. Ich lichte Anker, Digga. Werf den rein, Manni. Ich geh vor Anker, heißt das. Ja, genau. Ja, aber ganz ehrlich, also bei Sea of Thieves, es geht mir auch richtig auf Piste, schippern wir den ganzen Tag nur durch das Game. Und alle zwei Monate, es gibt ein neues Update, Sea of Thieves, jetzt wieder geil. Ja, und da lockst du dich ein und schaltest immer bei Null. Aber weißt du, was wir machen können? So wie damals, mit unserem Kunden aller, SP Outlaws. GTA, Digga. GTA Online. Yo. Yo, Hanno. Komm mal rauf hier. Ey. So, wir fahren jetzt schnell zu der Home, Sweet Home, Alabama Base. Mach mal Mucke an. Jo, okay, warte mal, hier ist noch zu zack. Feierst du auch, oder? Ey, fett, Digga. Oh, guck mal, hier ist eine Rampe. Alter, lass da hin. So, und jetzt machen wir einen schönen Backflip. Fahr die Halfpipe, Digga. Oh, fuck, Alter, scheiße. Aua. Warte, ich warte oben und steig oben auf. Ja, im Flug. Warte mal, ich nehme mal noch richtig Anlauf, ich fahre noch mal eine Runde. Okay, okay. Der braucht ein bisschen, bis er Topspeed hat. So, und jetzt, ich fühl's. Oh, hier hat's geknallt. Oder von meinem Rost. Ey, das ist mein, Raphael. Ich kann ein Foto machen. Wir machen mal ein Foto von mir. Fahr mal hinter mich. Fahr mal hinter mich. Ja, ja, ja. Wir machen so Selfie. Wie mach ich das? Ja, ist ja nicht schlimm. Machen wir mal ein Foto. So. Geiles Müll, Digga. Oh, nochmal, geht das klar. Dahin. Was ist das denn für ein geiles Gerät? So, Abfahrt. Alter, lass mich da hin. Digga. Ich hab ihn komplett weggemacht. Setz dich rein. Setz dich rein. Und jetzt fahr. Geil. Geil. Alter, wir haben das gleiche Auto. Ja, klar, Digga. Alter, geil. Alter, das war ein Rettfahren jetzt. Alter, geil. Ja, wunderbar. Oh, Schatz. So, wir fahren jetzt ein schönes Auto. Rett. Alter. Ja, klar. Hey. Oh, das hat gezischt. Oh, Aua. Ey, Junge, ich sterbe. Ja, komm rein. Alter. So, ich bin in der 42. Oh, weihabe. Oh, pass auf. Komm rein jetzt. Oh, wir haben Bären. Oh, wir haben Bären. Oh. Oh. Fahr. Ey, ich bin froh, dass du noch lebe, Digga. Ah, sweet home. Alabama. Ah, mit den Jungs hier und die Gang. So, lass mal zum Frühstück, Digga. Ja, reicht auch. So. Was machen wir heute? Ja. Aber geil ist, wenn wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Ja. Ein letztes Mal. One last ride. Das muss man sagen. Verstehst du, wie ich mein? Kannst dich noch in den Laden erinnern? Der Dartschuppen, den wir mal aufgemischt haben? Oh, yo. Ich bin dafür. Das war da nochmal Hallo sagen. Beziehungsweise Tschüss. Mir nach. Ja, Formation Stachelfuß. Geil. Oh. Hey, pssst. Wir gehen da rein. Und sagen jetzt mal, kein Muchs. Wir sind normale Besucher. Ja. Wir wollen nur ein Bier. Okay. Und dann gehen wir in die Kasse und sagen, wir wollen mit Rosi sprechen. Okay. Und das Wichtige ist, unauffällig. Die dürfen auf keinen Fall wissen, wer wir sind. Moin. Hi. Hallo. Wir sind ganz... Hey. Wir sind ganz normale Gäste. Oh, sorry. Das flitzt hier rum und ich will nur ein Bier. Ja gut, dann ist... Oh, Alter. Der ist richtig Kopfnuss. Der auch noch. Alter, richtig um die Aktion. So, wenn wir getreten sind. So. Rosi. Kann ich ein Bier haben? Hier setze ich mich hin. Hey, steh mal auf, du Wichser. Er hat gesagt, du sollst aufstehen. Ich glaube, der ist tot. Ey. So, und die Rechte. So, wer will Stress? Das ist jetzt unser Laden. Rosi, du bleibst da, wo du bist. Ja, das ist unser Laden. Das ist ein Überfall. Die rosigen Zeiten sind vorbei. Ihr kriegt uns nicht. Oh mein Gott, was ist das her? Ja. Übelstes Lasergeschoss. Ihr kriegt uns nicht. Das ist unsere Kneipe. Das ist unsere Kneipe. Das brennt, Digga. Die wollen uns ausräuchern. Kalle, mach mal Luftung an. Ich spalle. Oh. Diese asoziale Scheiße kann man sich auch nicht auf Dauer kriegen. Ja, die Leute. Damit haben wir aber eigentlich abgeschlossen. Äh. Saufen. Saufen. Abstechen. Leute töten. Zusammenschlagen. Was ist denn das für eine Aussage auch an die Jugend? Dann weiß ich nicht, was jetzt gegen einen Song spricht. Also gegen Mucke und Danzen und geil. Ist doch albern. Und dann sollen wir hier einfach rumzappeln, oder wat? Bist du schon mal Ehre im den Arsch gehett? Arsch gehett? Arsch gehett? Ehre in die Arsch hinein Ere in die Arsch hinein